Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Les Platin Run von mir in Zombie ohne E. Ja, Horror Survival, Anführungszeichen Survival, das Game natürlich. Ja, da mal schauen, hau mal jetzt einfach gleich mal an hier mit X. Und genau, so, wie lange wirst du überleben? Ja, ist eine gute Frage, keine Ahnung, weiß ich nicht. Spieloptionen, sowas haben wir denn hier. Das Spiel ist natürlich relativ neu, sage ich jetzt mal, außer natürlich für die Leute, die eine Wii U haben. Da gab es das Spiel natürlich schon, aber halt auf PS4 und auch Xbox nicht. Das wurde extra nochmal neu hochgerendert, etc., pipapo. Und ja, ne, deswegen halt einfach hier das ganze Zeug mal, sichtvoll 10%. Oh nein, 0,15, okay. So ist manchmal auch das Prinzip aus heller, weil ich habe keine Untertitelanzeige, ja. Ähm, keine Lust, dass ich hier da extrem überrascht werde, deswegen machen wir das Ganze einfach mal ein bisschen heller. Untertitelanzeige, ja, genau, das ist nach IV drin, passt. Zurück. Speichervorgang, okay, hat das jetzt auch wirklich? Ich traue dem immer nie. Ja, so, das Spiel. Steuerung, wir machen mal kurz angucken. Ach du Scheiße. L2 zielen, Zielfernrohr, einzoomen, L1, Scanner benutzen, L1, gedrückt halten wahrscheinlich. Gut, schnell Zugriffe, Nahkampfangriff, Waffe wechseln. Ja, Zielfernrohr, L2 und nach oben, okay. Sich schnell umdrehen, R1, R2 zurückdrängen, Radarscan, sekundäre Interaktion nachladen primär. Ähm, ja. Gut, sollte schon passen, würde ich meinen. Ich hoffe, er hat das Spiel jetzt im Spiel noch so halbwegs erklärt. Ähm, das Spiel muss natürlich für Platin komplett dreimal durchgespielt werden. Einmal, sag ich jetzt mal, auf leicht, einmal auf, ähm, schwer. Deswegen auch erstmal auf leicht, weil dann danach, erst nach einem Durchlauf spielen, der Schwierigkeitsgrad schwer, ähm, freigeschalten wird. Und dann auch noch hier der Überlebensmodus, mit dem man nur ein einziges Life hat. Also einmal tot, immer tot, nach dem Motto, ähm, ja. Deswegen muss das ganze Ding dreimal durch. Also machen wir jetzt hier einfach erstmal die Kampagne. Genau. Man sieht es jetzt hier nur normaler Modus. Der Schwere wird nach wie vor nicht eingeblendet. Und halt den Überlebensmodus, ne. Aber klar, werde ich erstmal im normalen Modus erstmal anfangen, um das Spiel kennenzulernen. Und dann ganz zum Schluss den Überlebensmodus machen. Also das heißt, jetzt wird hier der Aus-The-Run erstmal im normalen Modus sein. Also machen wir das jetzt einfach mal. Genau. Normal. Überlebender. Ganz normal. Genau. So. Keine Teilnahme an der Rängliste. Joa, das ist relativ egal. Weil, ähm, ich spiele jetzt jedenfalls auch erstmal hier als Angsthase durch. Na. Und danach wird hier der neue Modus dann freigeschalten, mit dem ich dann den nehmen kann. Also den schweren. Also fangen wir jetzt hier klar mit der Angsthase an. Und gucken wir mal, was das ganze hier ist. Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappelt sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln. in die Station. Ja, du. Ich kann dich schämen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Starr keine Löcher in die Luft. Schnell. Hör zu. Äh. Okay. Ja, und ich muss sie natürlich immer korrigieren. Einmal muss sie auf Angsthase durchspielen, einmal auf Normal und dann noch im Überlebensmodus. Die drei waren nicht. Und auch deswegen, selbst wenn man Normal spielen würde und es schaffen sollte, ähm, ja, stellt es nicht die Trophäe für Angsthase frei. Daher muss man dazu machen. Äh. Ja. Gut, nochmal. Was ist denn der Tier? Hau ab. Hä? Ist es gewollt? Das gucke ich hier gar nicht mehr hoch. Was ist denn der? Ja, ich habe da keine Chance, ne? Ich komme den Infizierten, ja. Ach, das soll so sein. Lol. Was ich verarsche. Mann. Dacht schon, ich habe verkackt. Oder habe ich verkackt? Äh. Ne, dauert, glaube ich, so lange, ne? Vom Ladebalken her. Hm. Ja, Lade. Punkt, Punkt, Punkt. Schön. Hm. Alter, dauert das lang. Aufstehen, aufstehen. Du siehst nicht gut aus. Ich würde ja sagen, es ist ein Albtraum, aber was ist das nicht heutzutage? Gut, dass ich dich gefunden habe. Willkommen im Safe House. Meine Freunde nennen mich der Prepper. Weißt du warum? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht. Aber ich wusste schon lange, dass das kommt. Gut. Siehst du das Gerät auf der Werkbank? Mit dem Bildschirm? Nimm's. Aha. Gut, jetzt bin ich hier eine. Vielleicht bin ich hier irgendwie. Nö. Mit dem Bildschirm. Werkbank. Hä? Prepper Pet Überlebens-Kit. Keine Werkbank ist es ja nicht, dass es die Küche? Ah. Das hier. Na toll. Muss das jetzt aus meiner Kontrolle rauskommen? Auf dem Klo ist ein Generator. Moment. Das geht ja gar nicht, dass hier der Sound aus dem Controller kommt. Ah. Ja, dann nehmen wir das. Ich habe zwar jetzt kein TV dran, sondern Monitor, aber ich denke mal, das wird das sein. Hoffe ich. Hören wir ja gleich. Ich kümmere dich erst um das Licht. Auf dem Klo ist ein Generator. Siehst du das grüne Licht auf der Karte? Ja. Ja, coole Sache. Okay. So, jetzt passt das schon mal. Aber ich habe echt schon gedacht, ich habe darauf gekackt. Was war das gerade? Die Karte benutzen, aber bestimmt auch noch keine. Na, aber klar. Ja. Okay. Das grüne Licht auf der Karte. Hm. Aha. Aktiviere den Generator. Ja, Leute. Was ist für mich, wie da nicht hinkommt? Was ist denn hier? Ah. Der Generator. Das ist mein Ding. Jetzt kannst du was sehen. Geh zurück in den Hauptraum und zieh dir die Monitore an. Ah. Schon besser. Ich komme hier nicht irgendwie. Warte mal, wie war das jetzt hier nochmal mit der Taschenlampe ausschalten? Verdammt, die Axt. Ähm. Steuerung. Lampe ein, ausschalten. A3. Okay. Ah. Perfekt. Kann ich hier irgendwas noch machen? Nö. Ha, 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 ha. Höp. Okay. Also die Steuerung ist hier gewaltig lahmarschig. Kann ich die nicht auch anpassen? Ne, ne? Kontrolle Optionen. Rechtshänder, ja. Einfindlichkeit. So, machen wir es mal so. Probieren wir mal das so. Ah. Schon besser. Siehst du, der letzte, der mich helfen war, heute ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Und Bob, den Inhalt brauchst du zum Überleben. Dr. Bob. Findet den vorherigen Überlebenden. Ja, Moment. Da kann ich jetzt auch das nochmal ein bisschen hier höher einstellen. Ah, ne. Schmerz. Da war das nicht. Da. Mars of 90. 90 durfte passen. Ja. Das passt. Haben wir keine? Schau, wie soll ich den denn finden? Ah, hier ist grün. Ah. Okay, Lämpchen an. Ist immer gut gegen Zombies. Hallo? Die Musik dazu, ne? Ding, ding, ding. Verbarrikadieren? Nö. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Ah. Das ist ja geil. Okay. Eine sehr wichtige Funktion. Ah, guck mal alles an. Hol dir den Cricket-Schläger und sei nicht zimperlich. Nichts als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Bäm. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Geil. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt deine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Wie geil ist das denn? Okay. Mittlerer Hälfte, Kasse, Pistolen-Munition, L981-Pistole mal 8. Drücke, Touchpad. Gott. Ja. Taschenlampe, die Pistole. Feuerkraft 770, Streuung 3.0, Zielfunktion rein. Nein, Scheidernvernein. Für die Lebenssynergie auf. Okay. Pistole, Muni. Und der Cricket-Schläger. Warte mal. Dann können wir den hier nach rechts legen. Und das machen wir nach links. Und das nach rechts. Genauso rum. So, was haben wir hier noch? Meine Ausrüstung. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Alles klar. Meine Mission bereite dich vor. Meine Kennung. Genau, da kann ich jetzt genau nachgucken. Überlebenspunkte, wo ich hier glaube ich hier erzähle. Ne Quatsch, 2000 oder sowas für eine Trophy. Getötet, infiziert ist schlussendlich 200. Genau, Überlebenszeit durch einmal. Ne, das ist egal. Genau. Fähigkeiten. Okay. Da kann man die noch upgraden. Ist auch nicht schlecht. Karte. Selbst gezeichnet. Auch geil. Notizbuch, Überlebensleitfaden. Naja, nice. Coole Sache. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Alles klar. Gut, schnell ist zwar etwas anderes beim Waffenwechsel, aber mei. Das sollte erst mal reichen. Aha. Story Money. Hä. Hammer benötigt. Ah, okay. Nice. Also kann man ja nicht einfach alles machen. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Alles klar. Ja, was ist denn denn jetzt da mit dem Pfeil? Kann man sich hart ducken oder so? Unten durch. Ping. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Ja gut. Wir sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ja, ich auch. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Naja, brauchst du nicht. Ich war acht Jahre lang mit den Fernmeldern. Das reicht. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Okay. Komm ich jetzt hier rein? Ach nö. Warum nicht? Na gut. Zeit für den ersten Ausflug. Ja, wenn er meint. Hä? Ah. Da kann ich das upgraden in der Werkbank. Geil. Okay. Aber gibt es hier sonst irgendwas, was ich hier vielleicht? Der hat doch irgendwas gemacht mit Schlafen. Machen wir das doch erstmal hier. Speichern. Einmal eine Runde pennen, bevor es losgeht. Die Lola. Ist das geil. Ist das geil. Also das Spiel macht jetzt schon Gottes Bock. Also. Nicht schlecht. Man sieht zwar, dass das irgendwie so ein Import ist von der Wii U. Also großartige Änderungen gibt es jetzt hier nicht wirklich. Auch grafisch jetzt ein Tickl wäre es ein... Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Oh Gott. Sagt es doch vorher. So, na dann. Ab geht's. Ja, das haben wir schon. Gut, da hinten ist auf jeden Fall was zum Einsammeln. Oder so. Doch, nie. Geschützturm. Hä? Kopfschuss. Hä? Hä? Was anderes ist so die zwei, oder? Hä? Ich glaube ja. Kann man die jetzt nicht plündern oder sowas? Also klar, Zombie ist natürlich im Bauch oder sowas. Du schießt, das ist sinnlos, ne? Äh. Da muss ein Heller her. Sehr schön. Leer. Na toll. Na toll. Wieso ist der jetzt leer? Leer. Hä? So, das gerade? Ach, oben drüber. Das. Ja, genau. Leer. Na, super. So, den Ausflug mal ein bisschen erweitert. Hä? Der ist doch dann da oben, oder? Oder zählt das Radar bloß hier? Doch, passt. Das ist also nicht... Raus kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Dir scheint es ruhig zu sein. Noch. Hä? Ich hatte ja aktualisiert. Äh. Ja, was war jetzt das denn hier? Achso, da war nichts drin. Verstehe. Hier ist was drin. Ja, Pünder, ne? Sehr schön. Ne. Äh. Da hinten ist der. Also theoretisch gesehen hier drin. Geht nicht hier auf. Okay. Okay. Nee, ich bin mir lieber bei der. Äh. Stirb. Okay. Alter, da freue ich mich jetzt schon auf den Überlebensmodus. Krass. Krass. Ja. Na toll. Mann, ich will doch looten. Oh. Diejenige hier, die mich kennen aus Diablo oder sowas hier, die wissen nicht. Alles einsammeln, was das Zeug hält. Ach, guck mal hier. Ein heiliges Objekt. Sprudelwasser. Lecker. Ja. Ein mal was, ja. So, haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Nee. Kann ja eigentlich aus hier. Na toll, nix drin. Ein Schrank ist der, was ich ja alles machen kann, ne? Geht die auch? Ah, ist der Schrank. Die Tasche? Nee, wohl nicht, ne? Ach, guck mal hier. Eine Keycard. Das ist sie. Okay, da hätte ich jetzt reingehen müssen, so oder so. Das geht noch nicht, ne? Hammer. Nee. Ist das Bretter? Ah, zu vernageln von meinem Unterschlupf. Okay. So. Hm, da lang müssen wir? Das Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeflossen, die sich Raben von Dien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt. Wenn wir wussten, was kommt. Hä? Ach, das war nur die Ratte, oder was? Ja, muss ja, ne? Wo hier ist ja keiner. Hä? Wie krass. Medikit immer gut. Hä? Kräftig am Abhängen hier. Hä? Okay. Tja. Geile Sache, geile Sache. Okay. Was bringt'n jetzt eigentlich nochmal der da? Ach, da zeigst du mir allen, was offen ist und was nicht. Okay, da wär' jetzt dann runtergekommen, wenn ich mir die Leiter runtergegangen wäre. Hm, okay. Tja, na dann. Da durch. Hä? John D. hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendet, er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Joa, und ich seh' jetzt gerade auf der Karte zumindest rein gar nichts. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich noch keine hab. Hä? Schade. Nichts. Gerne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Okay. Ich erledige das. Ich hab das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Danke. Sehr nett. Äh, gut. Hier ist nichts. Kann ich mir ne U-Bahn fahren? Äh. Boah. Okay, Ramanias Hauern gezeigt. Fuck. Brick Lane Markt. Da muss ich hin. Jupp. Kann ich machen. Da hinten. Zwei. Na, die Raben. Okay, da hinten sind ein paar mehr. Hm. Soll ich die mal alle umbringen? Hey, hey, sicher, dass du für die blutgierige Meute bereit bist? Es geht um dein Leben. Joa. Nicht? Äh. Äh. Da lass mir die halt aus meine. Das tollen Mundi. Okay, so ein Mundi habe ich echt hier nicht. Ja, der Vogel wieder. Mann, Mann, Mann. Gott. Hä? Warte mal, ist das so ein komisches Spulewasser? Ja. Hahaha. Nice. So. Ach, guck mal, da hinten steht einer. Nichts drin. Zu Glück bleiben die aber wenigstens offen. Dass man jetzt sieht, dass man das hier geplündert hat. Ja. Nichts. Boah, schau mal, ob wir da nur überall rein? Nein. Nein. Na toll. Hätte ja wenigstens ein Einnehmer was drin sein können. Du bist übrigens gerade an einem Verteilerkasten vorbeigekommen. Falls du noch keinen gesehen hast. Nice. Da oben ist die Kamera. Hä? Das ging jetzt nicht so schnell. Ach, der oder was? Ja. Verbunden mit dem Netzwerk. Was hast du? Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Ah. Öffnet die Abkürzung zum Safehouse. Jo. Gerne. Geiles Game. Also das macht bisher richtig Bock. Äh. Tja. Von dem her bin ich mal gespannt, was hier noch so alles kommt. Collectibles so an sich, außer die Rucksäcke, gibt es hier eigentlich keine in dem Spiel. Finde ich persönlich mal nicht ganz verkehrt. Tja. Ja gut. Da kommen wir jetzt ja nur da hinten an hin. Jo. Alles klar. Hier rein. In der Nähe ist ein Gulli. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Abkürzung freischalten. Ja, Moment. Machen wir gleich. Äh. Hier komme ich eh nicht durch, ne? Doch, na dann. Was? Oh nein. Oh. Knöpfehämmern. Shit. Abkürzung benutzen. Ja. Ah. So kann man dann so gesehen schnell reisen, in Anführungszeichen. Okay. Möchte wirklich, sieht es safe aus. Ja. Cool. Okay, das habe ich beim letzten Mal ja drin gelassen. Ist aber der Fall ja nur so ein Ladescreen. Also werde ich das hier, sobald es angezeigt wird, zum Überspringen auch Überspringen. So wie jetzt. Ja, hier sind wir wieder. Cool. Echt coole Sache. Ja, guck mal. Minen. Sei vorsichtig mit den Dingern. Damit kannst du Minenfallen legen. Aber jag dich nicht hoch. Alles klar. So, theoretisch sollen wir dann da hin. Aber ich gehe jetzt nochmal safe hin. Weil ich würde es meinen, für die ersten, oder der erste Eindruck, reicht das hier auch mal. Ich würde mich natürlich hier freuen, wenn ihr bei den anderen Parts auch dabei seid. Und ja. Vielen Dank so weit schon mal fürs Zuschauen. Haut rein. Wünsche euch was. Ne. Servus. Und ciao. 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 Vielen Dank.